Träumen Sie auch von der eigenen Sauna zu Hause? Das wäre schon eine schöne Sache, oder? Ja, aber das ist oft einfach nicht möglich. Man braucht viel Platz und dann auch viel Geld. Einen eigenen Raum, irgendwo im Keller wahrscheinlich oder draußen. Und dann müssen natürlich auch die entsprechenden Handwerker kommen und das jetzt alles umbauen und ausbauen. Und ach, das wäre ja auch zu schön. Wir machen das jetzt möglich, ja. Und zwar bei Ihnen in der Wohnung. In der kleinsten Wohnung ist Platz für eine Sauna. Schauen Sie mal, das ist so fantastisch, das ist so genial. Also ich habe mich so gefreut, dass wir dieses Produkt hier im Programm haben. Weil ich liebe Sauna ganz, ganz arg. Ich mag das unglaublich gerne, in die Sauna zu gehen. Aber eine Sauna zu Hause zu haben, das ist natürlich der Traum von jedem. In die Sauna zu gehen, wann man möchte, so oft man möchte. Einfach abends spontan nochmal entscheiden. Ja, ich gehe jetzt in die Sauna. Ja, und das kann man, wenn man die eigene Sauna zu Hause hat. Und mit dieser tollen Infrarotsauna, da kann man das dann entscheiden. Und da kann man jeden Tag in die Sauna gehen, wann immer man möchte. Das ist so toll gearbeitet hier. Und die passt in jede Wohnung hinein. Das macht diese Technik hier möglich. Das ist eine Infrarot-Technik. Und auch diese Bauweise macht es hier möglich. Sie brauchen nur 0,62 Quadratmeter für diese Sauna. Es ist eine Bauweise, die fantastisch ist. Sie haben eine Grundplatte. Und auf diese Grundplatte wird dann diese Sauna aufgebaut. Die ist in großen Teilen schon vormontiert. Dann werden die restlichen Elemente einfach nur noch zusammengesetzt. Also das schafft man wirklich innerhalb von einer kurzen Zeit. Wir haben es auch mal von unserem Hausmeister aufbauen lassen. Das können wir Ihnen vielleicht auch noch mal zeigen. Es ist kein großer Aufwand. Und man kann hier diese Sauna dann ganz normal in eine Steckdose stecken. Also man braucht jetzt auch nicht irgendwas beachten. Wenn Sie zu Hause jetzt einfach ein bisschen Platz haben, in einem großen Badezimmer. Vielleicht haben Sie auch ein Zimmer, wo Sie Ihre Wäsche drin aufbewahren, was früher ein Kinderzimmer war. Sie haben vielleicht Platz in einem Kellerraum. Oder Sie haben da im Wohnzimmer sogar eine kleine Ecke, wo Sie Platz haben. Dann können Sie da jetzt diese Sauna hineinstellen. Diese tolle Sitzsauna für Ihr Zuhause. Und Sie sehen, wie hochwertig die gearbeitet ist. Mit dieser Sauna machen wir das möglich, dass jeder sich eine Sauna nach Hause holen kann. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll. Das ist hochwertigstes Hemlockholz, das wir hier bei dieser Sauna verbaut haben. Ganz edel, ganz schön gemacht. Es fühlt sich fantastisch an. Ich kann das jetzt mal für Sie anfassen. Das ist ganz weich gearbeitet, wenn man da dran lang streicht an diesem Holz. Sehr elegant gemacht. Auch hier jede Kante nochmal so abgesetzt mit so einem kleinen Beschlag dann auch an den Kanten. Sehr elegant das Ganze auch im Innenbereich. Sie sehen es ja jetzt auch gerade. Sehr hochwertig gemacht. Und dann durch diese schönen Glaselemente fühlt es sich innen auch sehr komfortabel an, sehr geräumig an, wenn man da drin sitzt. Wir haben auch hier schon zu zweit in dieser Sauna gesessen. Auch das ist möglich. Also gerade wir zwei Mädchen haben da schon drin gesessen. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und dann hat man unten auch sehr schön in der Sauna dann noch so eine Holzsitzbank. Also auch da wurde an nichts gespart. Das ist sehr komfortabel gemacht, sehr elegant, sehr edel gemacht. Und diese Sauna jetzt hat man zu Hause stehen. Ganz normal in die Steckdose stecken. Und dann kann man jederzeit entscheiden, ich gehe jetzt in die Sauna heute Abend und dann kann man anfangen zu saunieren, weil wir hier diese tolle Infrarot-Technik haben. Ich zeige es Ihnen nochmal hier. Sie sehen, schöne große Glasfront hier, diese Glasscheibe. Ich gehe jetzt mal zu Diana hier hinein, um Ihnen das zu zeigen. Schauen Sie mal, hier im unteren Teil haben wir hier überall dieses wunderschöne Holz. Das ist ganz toll gearbeitet. Auch hier der Boden, alles toll gemacht, mit wunderschönem Holz gearbeitet. Also richtig, richtig schick gemacht, im Inneren auch. Dann sehen wir hier alles toll von innen, richtig schön, ganz weich das Holz, wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir im oberen Teil, da sehen wir noch die Bank. Gucken Sie mal, wie toll das gemacht ist, auch hier der Boden, wie schön das gearbeitet ist. Also wirklich ganz fantastisch, ganz hochwertig alles gemacht, ganz weich, ganz schön. Im oberen Teil haben wir dann hier auch das Bedienpanel für Sie. Wenn wir da mal ein Stück hochschauen, da können Sie das einstellen. Das ist eine Infrarot-Sauna. Bis 65 Grad können Sie das alles einstellen im oberen Teil mit auch einer Timer-Funktion mit dabei. Und 65 Grad ist bei Infrarot natürlich auch eine schöne, angenehme Wärme. Die Sauna fühlt sich schon sehr warm an, weil Infrarot ja direkt auch auf Ihren Körper wirkt. Und Infrarot-Saunen werden auch ganz schnell warm. Das ist hier auch der Vorteil. Also Sie machen die Sauna an und innerhalb von zehn Minuten ist die dann auch warm. Und Sie können die sofort nutzen. Also Sie gehen sich vielleicht noch ein Getränk oder ein Handtuch holen. Und schon ist die Sauna bereit für Ihren Saunagang. Und das macht es hier halt ganz komfortabel, ganz angenehm, auch sehr flexibel mit so einer Sauna, die man dann zu Hause hat. Ein Traum für Ihr Zuhause. Und hier halt ganz schick, ganz edel gemacht. Allein hier diese Glaselemente, diese Glastür. Auch im vorderen Teil haben Sie diese tolle Glasscheibe. Wenn Sie möchten, können Sie dann jederzeit, auch während Sie in der Sauna sitzen, zum Beispiel Fernsehen schauen, falls Sie die im Wohnzimmer aufgestellt haben. Oder auch wenn Sie die jetzt zum Beispiel in ein separates Zimmer stellen, können Sie sich ja davor noch einen Fernseher hinstellen. Und dann können Sie wirklich, während Sie saunieren, Fernsehen schauen. Das ist dann möglich, weil Sie hier dann diese tolle Glasscheibe hier noch im vorderen Teil haben. Und dann können Sie da rausschauen und haben ein unglaubliches Weitegefühl dann in dieser Sauna. Schauen Sie mal hier, ist das toll gemacht. Man fühlt sich sehr, sehr angenehm in dieser Sauna durch diese großen Glaselemente, die hier drin sind. Vielleicht waren Sie schon mal in so einer Sauna, die auch mit so Glaselementen ausgestattet ist. Ich war einmal in so einer Sauna und zwar auf einem Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiffe haben auch solche Saunen, die mit so Glaselementen ausgestattet sind, wo man in der Sauna sitzt und dann so aufs Meer schauen kann durch so die Glasscheibe. Das ist so faszinierend, das fand ich so toll. Und hier ist das halt auch so gemacht mit dieser Glasscheibe vorne. Dass man sich das jetzt nach Hause holen kann für 664,91 Euro. So schön. Die können Sie übrigens auch in Ihren Garten stellen, ins Gartenhäuschen. Wenn Sie da einen Stromanschluss haben, können Sie auch. Dann können Sie während des Saunaganges in Ihren Garten schauen zum Beispiel, auf Ihren Gartenteich, wenn Sie einen haben. Das ist auch möglich. Also überall da, wo Sie einen Stromanschluss haben, können Sie die Sauna hinstellen. Also auch ins Gartenhäuschen, in den Schrebergarten, wenn Sie möchten. Das ist eine ganz tolle Sache. Und hier sehen wir mal, das ist der Jakob, unser Hausmeister. Der hat hier für uns diese Sauna einmal aufgebaut. Wir sehen hier diese Teile. Die sind alle vormontiert für Sie. Und die werden dann nur nach Anleitung ineinander gesteckt. Das ist nichts, was irgendwie großartig dann anspruchsvoll ist. Dann gibt es einige Elemente, die dann noch verschraubt werden müssen, mit einem Akkuschrauber am besten. Und hier die Glaselemente, die dann einfach eingesetzt werden. Dann noch oben das Deckelchen drauf. Und da sehen wir hier, Jakob hat dafür 17 Minuten gebraucht. 17 Minuten hat er gebraucht, um diese Sauna aufzubauen. Das war unser Jakob. Sie können ja mal schauen, wie lange Sie dafür brauchen. Aber ich denke, das bekommen Sie auch in ungefähr derselben Zeit hin. Das ist nichts, was irgendwie großartig anspruchsvoll ist. Oder Sie fragen vielleicht auch jemanden, der Ihnen noch mal dabei hilft. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht, was ich Ihnen noch zeigen möchte, was für Sie vielleicht ganz interessant ist. Und zwar, ich hole es mal eben, die Bodenplatte. Das ist für viele nämlich das, was man sich nicht so richtig vorstellen kann. Wie groß ist diese Sauna überhaupt? Wie viel Platz brauche ich? Schauen Sie mal, das ist jetzt die Bodenplatte von der Sauna. Und da sehen Sie 0,62 Quadratmeter ist diese Bodenplatte von der Sauna. Das ist wirklich nicht viel Platz, die Sie hier benötigen. Das ist der Platz, den Sie brauchen für diese Sauna. Also wenn Sie da wissen, Sie haben ungefähr so einen Platz, der halt 0,62 Quadratmeter ist, passt die wunderbar drauf. Können Sie mal schauen, so ungefähr, ne? Ja, 80 mal 80. Dann haben Sie schon ungefähr genügend Platz. Also in ein großes Badezimmer, großes Wohnzimmer können Sie die wunderbar hinstellen. Oder auch ein separates Zimmer. Das ist überhaupt kein Thema. Und dann einfach aufstellen und dann können Sie saunieren, wo immer Sie möchten. Und Sie sehen, wie unsere Diana das hier schon genießt in dieser Sauna. Ist ja auch ein Traum. Und ist ja auch gut für die Gesundheit. Darf man ja auch nicht vergessen. Viele saunieren ja wirklich sehr, sehr gerne einfach, um den Körper dann auch zu stärken, das Immunsystem zu stärken. Um dann eine bessere Haut zu bekommen, kann ich total verstehen. Wir schauen mal eben ganz kurz zu Pearl.de, damit Sie auch den Preisvorteil sehen, den Sie hier bei mir bekommen. Schauen Sie mal, da sehen Sie 700 Euro der Preis bei Pearl.de momentan. Ja, bei mir. 664,91 Euro. Das ist jetzt Ihr TV-Sonderpreis, den Sie hier bei mir haben, liebe Zuschauer. Das heißt, Sie sparen jetzt hier bei mir nochmal knapp 40 Euro. Deshalb greifen Sie schnell zu. Selbstverständlich wird die auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert. Das ist ja ganz wichtig. Also, das ist ja ein großes Gerät hier. Aber wir schicken die direkt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Einfach jetzt in die Leitung gehen. Sie geben den Kollegen die Bestellnummer durch. Die NX 1338 und die 569. Und dann kommt die innerhalb von zwei bis drei Tagen versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Sie haben es gerade in dem Film schon gesehen. Der Jakob, der hat 17 Minuten gebraucht, um die zusammenzusetzen. Vielleicht schaffen Sie es sogar in 15, wenn Sie da ein bisschen handwerklich begabt sind. Dann können Sie ja mal testen. Also, das ist kein großer Aufwand. 0,62 Quadratmeter brauchen Sie an Stellfläche. Einfach in die ganz normale Steckdose einstecken. Und Versandkosten haben Sie keine. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller von knapp 1300 Euro. Also, Sie haben ja wirklich eine unglaubliche Preisersparnis. Und Sie haben halt dieses tolle Saunagefühl dann hier zu Hause. Vielleicht nur sich Sachen so richtig gemütlich machen drumherum. Einen kleinen Tisch aufstellen mit ein paar schönen Getränken, wo man dann auch das Handtuch drauflegen kann. Und dann wird jeder Saunagang zum richtigen Genuss. Aber saunieren ist ja auch eine schöne Sache. Regt den Stoffwechsel an. Und ich habe mir da sagen lassen, dass es wirklich auch ein richtiger Fettkiller ist. Weil so ein Saunagang den Stoffwechsel so stark anregt, dass man bis zu 600 Kalorien verlieren kann pro Saunagang. Das ist eine super Sache, ne? Also deshalb da ruhig häufiger in die Sauna gehen. Gerade im Winter ist das dann schön. Da hat man dann auch ein bisschen was für seinen Körper und die Gesundheit getan. Und da sehen Sie es doch auch. Auch wenn man es dann so schön zu Hause hat mit so Blüten auch noch auf dem Boden. Das ist natürlich richtig angenehm. Und dann noch ein schönes Getränk dazu. Vielleicht auch so ein schöner Tee oder sowas. Da kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Dann die Temperatur einstellen. Es ist Infrarot-Technologie. Bis zu 65 Grad wird die Sauna warm. Und diese Infrarot-Technologie, die wirkt halt direkt auf den Körper. Das ist das Schöne. Und es wird sofort warm. Also Sie schalten die Sauna ein. Und dann müssen Sie gar nicht lange warten. Sie können sich in der Zeit vielleicht noch kurz ein Handtuch holen. Das sind maximal so fünf bis zehn Minuten. Maximal. Dann ist die Sauna schon warm. Also das geht innerhalb von kürzester Zeit. Und dann haben Sie hier das Sauna-Vergnügen und können direkt in die Sauna einsteigen. Sie müssen nirgendwo mehr hinfahren. Sie müssen nicht mit anderen Leuten zusammen in der Sauna sitzen. Sie sind nicht mehr auf Öffnungszeiten von Saunen angewiesen. Das hat man ja auch häufig, dass man abends dann vielleicht in die Sauna gehen möchte. Und dann ist sie schon geschlossen oder so. Oder auch mal früh morgens. Man sagt auch, um jetzt so ein bisschen in Schwung zu kommen, möchte ich gerne ein bisschen in die Sauna gehen. Ja, das brauchen Sie dann gar nicht mehr. Sie haben Ihre Sauna dann zu Hause und können da reingehen, wann immer Sie möchten. Zusammen mit dem Partner dann vielleicht so immer abwechselnd so einen schönen Saunagang. Und ja, auch hingestellt, wo Sie möchten. Wenn Sie da wirklich dann auch, wenn Sie das Glück haben, vielleicht einen Garten zu haben mit so einem kleinen Gartenhäuschen. Das ist eine Option, so eine Sauna dann auch in den Gartenhäuschen zu stellen. Wenn Sie da einen Stromanschluss haben, ist es überhaupt kein Problem. Aber halt auch in Kellerräume oder wenn Sie da halt ein Zimmer haben, was früher vielleicht das Zimmer von den Kindern, den Enkel war, was Sie jetzt so als Gästezimmer nutzen oder so als Abstellzimmer nutzen. Dann richten Sie sich das doch schön gemütlich als Ihr Wellnesszimmer her. Stellen Sie eine schöne Sauna rein. Machen Sie sich das so richtig gemütlich für 664,91 Euro. Wenn man sich das so durchrechnet, diese 664,91 Euro, die hat man dann auch schnell wieder eingespart. Weil wenn man immer in die Therme zum Beispiel fährt zum Saunieren, das kostet ja auch. Also das lohnt sich schon, sich so eine Sauna nach Hause zu holen. Das ist ja eine tolle Investition auch für die Gesundheit. Gerade hier dieses Modell ist so hochwertig. Und Sie sparen ja jetzt bei mir auch nochmal in der Live-Sendung so viel Geld, wenn Sie jetzt hier bei mir zugreifen. Versandkostenfrei nach Hause geschickt und Sie haben nochmal 40 Euro jetzt mit dem TV-Sonderpreis gespart. Also greifen Sie jetzt bei mir zu und dann haben Sie hier wirklich den Top-Preis. Die Bestellnummer sage ich Ihnen jetzt nochmal, die NX1338569. Dann wünsche ich Ihnen damit wirklich sehr viel Spaß. Da bin ich richtig neidisch.